jo liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play infamous second son wir sind wieder am stort ja wir müssen jetzt hier noch ein bisschen kameras zerstören da müssen wir noch eine akte suchen und da müssen wir noch einen agenten holen dann haben wir das thema auch schon diese wenn aber dieses viertel schon erledigt alle löschen müssen das ding ja unter 30 prozent bringen okay dies über uns an dem zahn im haus in dem rutschirm die ist dort würde ich sagen wir sind doch nicht böse wir sind voll die guten ja ich will mal den ein typ willst du voll die krassen jungs so denn immer wenn man kurz eben runter so was haben wir noch agel das audioprotokoll nein und ein heilen einem ausstellkolleg okay wir hätten theoretisch noch den agenten hier den kann man ja auch immer machen aber ich habe der ist oben ne also der 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 jackpot um das ding ja schön sehr feinde aus wieso alle feinde ich sag mir nicht dass ich da unten noch die dinge ausschalten muss okay machen wir das doch schnell das fühlt sich gut an okay irgendwie haben wir hier in einem fahrzeug aus wo ist denn der ach jungs 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 really wollt ihr mich ärgern dann komm mal her also einmal der jungen zerstört 46 prozent nur noch wo steht der wagen steht der kann ichCorrest auf hier steht da jetzt auto denn und 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 So, einmal kurz den Jungen erholen. Ja, weg da mit euch. So, aber wo steht der? Polizeiwagen? Naja, scheinbar nicht. Also, wo ist man doch nochmal? Warte mal, irgendwo ist hier eine Drohne? Ah, da oben, okay. Ahem. So, 44%. Und ja, muss irgendwo noch eine andere Drohne sein. Die Frage ist, wo hängen die? Also, ich weiß ja nicht, hängt die, sondern, wo befindet die sich? Die kann ja auch hier oben liegen oder so, ne? Ich gucke mal gerade um. Ich höre sie schon. Aber... Ah, da oben. Also. Äh. So. Zwei. Ach, ihr mögt mich nicht. Du. So. Wo ist denn der Junge? So. Wo ist denn der jetzt hin? So. Einmal wieder runter. Boah. 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 Du einmal runter. So. So. War was? So. Einmal kurz alle Feinde in der Gegend ausgeschaltet. Aber jetzt müssten wir eigentlich tatsächlich auch das, ähm, den Detektiv holen können, ne? Aber irgendwo sollte einmal noch mehr Feine sein, aber wo sind die? So. Hoffentlich ist es mal gut jetzt. Aber ich gebe mich, dass hier irgendwo noch ein Auto stehen. Die Frage ist, wo steht denn der? Weil der sollte hier auf der Querstraße stehen. Ich vermute aber, dass der irgendwo in einem Parkhaus steht. Also nicht oben, äh, nicht unten, sondern irgendwo. Ne, so ist es hier nicht. So, angeblich ist es hier. Also, ich kann so den Agenten nicht machen. Ähm, ähm. 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 Ich glaube, ja, der steht wirklich unten. Also muss irgendwo ein... Ähm. Ähm. ...versteckter Eingang sein, oder so? Oder wird das versteckter Eingang sein, oder so? Oder, ne, ne, ne. Also kriege ich ihn nämlich nicht weg. Ähm. 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 Äh. Ähm. Der ist hier unter uns. Aber wo könnte der Eingang sein? Die... Und frage, äh, ob der... Wo ist denn die? Äh... Liegt die hier oben vielleicht, oder liegt die unten? Ja, die dürfte unten sein. Hier. Und vermutlich liegt auf dieser Straße auch das Auto. Aber das ist ein ganz anderes Viertel, ne? Weil hier ist auch das Audio-Paket. Georgetown. 40%. Ich meine, wir müssen das auf 30% runterballern, damit wir das weitermachen können. Also wir können jetzt... So, kann ich jetzt weitermachen? Scheiße. Die haben mich schön erwischt, noch die Jungs. Die haben mich schön erwischt. So. Sitze ich ein anderes Viertel? Okay. Leck mich doch. Blöde Drohne. Ja. Drogen, die verhindert. Sehr schön. Zählt aber glaube ich nicht um... Die Staatssicherheit zu machen. Schade. So. Und wo ist die Drecks Drohne jetzt? Trönchen. Da. Und 39 Prozent. Ja gut, okay. Ich muss dieses Audio-Ding auf jeden Fall noch viel platt machen. Aber das gehört zum Market District, ne? Ah, scheiße. Das Audio-Ding, oder? Können wir das zu George schauen schon? Ja, das gehört zu George schauen hier. Das ist gut. Das liegt eigentlich quasi direkt an der Grenze. Das können wir wahrscheinlich sogar in dieser Folge schon den Boss holen. Die Frage ist, ob das unten liegt oder ob das oben liegt. Weil ich vermute, dass das oben auf der Brücke liegt. Pfff. Okay. 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 Das muss ja hier liegen oder oben auf dem Haus. Ja, da liegt das. So, da liegt das Audio-Paket. Mich schon beginnen. So, einmal kurz weitermachen. So, 81 Meter liegt das weg. Also wir müssten mal da runter irgendwo. Oh, oh, das war keine Absicht. Nein, 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 tu es nicht. Ah, verdammt, ich habe mich verdrückt. Ich wollte die eigentlich behalten noch. Das war keine Absicht. So, heil. So, das war die Absicht. Tu sie. Ich dachte, mit deinem Superkraft wegwerst. So. 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 Da ist es. Da ist es. So, da die Drohne schnell mitnehmen. Also das Audi-Paket haben wir, das Ding. Jetzt haben wir ab 31 Prozent. Und jetzt hole ich mir die Drohne. Ich hoffe, dass wir dann auch wirklich die Punkte haben. Die gehört zum Markus District. Fuck you. Die gehört zur falschen Viertel. Dann gehen wir jetzt das Ding holen. Dann gehen wir auf den komischen Agenten holen. Und dann haben wir es. Hoffentlich. Also irgendwie. Ich meine, der Wagen wird wahrscheinlich hier unten. Vielleicht kriege ich den auch runtergefischt. Gefischt. Komm her. So. Leider reicht es nicht, um wieder... So. So. Also müssen wir noch diesen komischen Agenten holen. Schade. Ich hatte gehofft, dass wir den vielleicht... ...nicht machen müssen. Aber... Sollen wir den Typen da mit der blauen Mütze? Wisse, der war das nämlich schon. Hab ihn. Das war mal direkt ein Zufall, dass ich den direkt erwischt habe. Gut. Perfekt. Dann haben wir das auch. So. Dann holen wir uns jetzt noch das Viertel zurück. Und dann haben wir Feierabend. So. Dann haben wir nämlich Georgetown auch komplett auf unserer Seite. Also DUP frei. Oh, da ist, äh... Komm mal her, mein Freund. Steh mal auf, bitte. So. Das Spiel macht ja auch an sich Laune. Also wie gesagt, ist klar, dass wir fast nur zwei Folgen brauchen pro Viertel. Das war sogar schon in den nächsten beiden Folgen das nächste Viertel machen können. Also nächste Folge wahrscheinlich hier die... Naja, wie auch immer. Eine, äh, die, die, die den nächsten Bereich machen können. Ich geh jetzt mal hier hoch. Wenn ich da hochkommen würde... ...wann mein Freund nicht so ein bisschen... So, warte mal. Da oben ist das... ...so. So, einmal kurz anrufen, bitte. Das frage ich mich auch gerade. Hey, hey, hey. Ah, wir haben mehrere von denen, ne? Also wir haben noch DUP-Einheiten und wir haben noch ein fliegendes... ...so fliegen in den Arsch. So. So, habe ich Fliegen-Saschel... Oh, Fliegen-Saschel ist weg. Sehr schön. So. Nehmen wir die Scherbe mal kurz und ziehen. Ich habe eine Rakete, das heißt, ich kann mir jetzt in der Ruhe die Einheiten noch holen. Aber dann haben wir nämlich... ...alles schon soweit. Unter Dach und Fach. Wo sind sie denn überhaupt? Sind die da oben jetzt, ne? Auf dem Haus da oben, ja. Ah, das kriegen wir hin. Moin, ihr Freunde. Ist ja nett, dass sie schon kapituliert. So. Wo sind die anderen zwei Heinis? Da hinten. Baden kommt. Also das Erste war auf jeden Fall wichtig, diesen Heli wegzuhaben. Und den habe ich ja relativ schnell dann auf einmal gekriegt. Aber jetzt holen wir uns erstmal die komischen Frinzen hier noch. Oh, äh, ja. Das ist nett, dass ihr schon fertig seid. Schade. Hätte gedacht, ich hätte ein bisschen mehr Gegenwehr. Aber scheinbar nicht. Totschauen ist befreit. So. Wunderbar. Und dann haben wir... ...Georgetown. Auf jeden Fall schon mal. Dann haben wir zumindest mal schon den größten Teil hier dieser Gegend weg. Also die weg. Die weg. 17%, 15%. Ja, können wir hier noch nicht mal 8%. Also wir haben größtenteils diese wichtigen Städte schon mal weg. Äh, uns fehlen jetzt noch 1, 2 Viertel. Und dann haben wir diese ganze... ...haben wir die Insel schon weg. Ja. Liebe Leute. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall. Dann gehen wir uns hier am Pioneer Square. Und dann holen wir uns da die... ...unsere Jungs. Bis dahin und tschüss.